An einem stürmischen Tag fuhren ein paar Flüchtlinge in ihren Booten auf der Weser und suchten nach einem Ort, an dem sie bleiben können. Plötzlich riss die Wolkendecke auf. Sonnenstrahlen schienen auf einer Düne an der Balge. Die Flüchtlinge entdeckten eine Gluckhenne mit ihr Küken. Schaut mal, wenn die Gluckhenne hier ihre Küken ausbrüten konnte, wollen wir hier auch unser Zuhause finden. Sie bauten einfache Hülsen auf der Düne und fühlten sich sicher vor Angreifern und Piraten. Später siedelten immer mehr Menschen auf der Düne an und somit entstanden die Stadt Bremen. Die Menschen bauten an der Schlachte den ersten Hafen Bremens und viele Händler brachten ihre Waren nach Bremen.